Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Aachen Ticket und heute auf das Spiel The Seven Daily Sins. Viel Spaß! So und da bin ich hier. Müsste ja jetzt hiermit losgehen. Erstmal das wegdrücken. Und dann noch leider Zeit. Also wieder abbrechen. Ach ne, das war ja schon richtig. So. Es geht los in 2020. Oh, danke. Ich bekomme Geschenke. Okay. Dann fangen wir jetzt erstmal an mit, nicht damit, mit den roten Punkten. Da ist ein roter Punkt. Wie? 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 Spezial ist sogar das gleiche, wenn man ein kleines Fenster will. Ein Bonus, 11x10, aber ich muss den machen anscheinend, einmal gratis, okay, musst du mir ein Video dabei anschauen. Ich bin jetzt auch ein paar Mal so auf die Kalle, aber ich muss den Job ein wenig zu verlieren. Wenn ich mich dafür an, dann geht es mit dem Spiel zu nehmen. Es ist ein Objekt Baby. Ich bin auf der Fall. Ich bin auf der Fall. Ich bin auf der Fall. Und ich bin auf der Fall. Ich bin auf der Fall. also wenn sich ein video anschaut ist einmal gratis ein charakter ziehen sonst kostet es anscheinend drei diamante was ist hier hm da reicht gerade Münzen Silber da gratis ok shop haben wir auch fertig aber leuchtet immer noch das ha ich verstehe das nicht spieler information datentransfer wiederholungen ach ist noch mehr kaputt 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 also immer wenn da steht anzeige gratis das heißt dann ein video anschauen abholen so am 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 Das war's für heute. Okay, so, dann sind wir hier, was ist das hier, Ausrüstung, nichts, Episode 6, oh, wir sind schon so weit. Ach, das ist in der Folge, wo ein Schwert im Boden drinnen steckt. Und es kein Wasser mehr rauskommt, soweit ich weiß, aus dem Brunnen, weil das Schwert im Boden steckt. Okay. 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 Ich glaube dahinten steckt das Schwert. Wir haben eigene und ihre Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Spiel beruht eigentlich nur auf die Geschichte, oder? Oder auf der Serie, besser gesagt. Das war's für heute. 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 9. 69. Das war's für heute. Die Das war's für heute. 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 Das war's für heute.